Ich habe meine Ausbildung hier gemacht und bin übernommen worden und jetzt koordiniere ich den Reha-Sport bei uns. Toll finde ich, dass wir zukünftig auch Reha-Sport im Wasser anbieten können. Ja, mein Alltag, ich organisiere, plane, rechne ab, verwalte, aber ich bin auch Ansprechpartner für unsere Reha-Sportler, unterstütze sie, helfe ihnen und nehme sie wahr, nehme mir Zeit für sie. Das Schönste an meiner Arbeit ist, dass ich Beruf und Familie sehr gut unter einen Hut bringen kann. Ja, die Reha Vita ist eigentlich das Beste, was der Region in Sachen ambulanter Reha, Gesundheit, Sport passieren kann. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, Top-Angebote für alle, angefangen von kleinen Babys bis hin zu den Senioren. Das ist klasse. Das ist klasse.